Haben Sie Ihre Wahl schon getroffen, Sir? Ich hätte gerne... Noch nicht, danke. So, Sir. Wir können uns ja viel Dank. Lassen Sie bitte um. Was ist? Nichts. Du liebst es, deine Spielchen zu spielen? Ja, wir sind das mit Leuten, die auch gerne Spielchen spielen. Welches Spielchen spiele ich dann gern? Scrabble. Ich hasse Scrabble. Ich bin miserabel in Scrabble. Ja, das finde ich. In Bruckern bin ich gut. Großartig, ja. Bruckern wir eine Runde? Jetzt? Aber wieso nicht? Wieso nicht? Die Polizei ist heute bei mir gewesen. Sie haben herausgefunden, dass mir das Haus gehört und haben mir bezüglich der Elektroinstallation alle möglichen Fragen gestellt. Ich hatte so einen beschissenen Tag, dass ich zu gar nichts gekommen bin. Spielen wir jetzt Poker? Wir fangen sofort an. Ich hatte die Wäsche gefallen. Ja. Lass du sie jetzt an? Wer weiß. Ich tippe auf, nein. Zeig sie mir. Du meinst hier? Genau, hier. Tut mir leid, ich kann nichts erkennen. Ich bin kurzsichtig. Kannst du ihn jetzt sehen? Ja. Was ist mit dem Höschen? Mit dem Höschen? Ja, mit dem Höschen. Hörst du es an. Ich hab gewonnen und du verloren. Die erste Runde geht an mich. Ich kann nichts erkennen. Ich hab gewonnen. Und du verloren. Diese Runde. Wünschen Sie jetzt Ihre Bestellung aufs Gimse. In welchem Stück? In 13. Diese Runde bringt Unglück. Das ganze Haus bringt Unglück. Gute Nacht. Zieh es bitte wieder an. Ich möchte nicht, dass du dir eine Erkätung geholtst. Das passiert schon nicht. Mir ist untenrum eher zu heiß. Aufs Gimse. Aufs Gimse. Aufs Gimse. Aufs Gimse. Vielen Dank.